Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. In diesem Video seht ihr die Highlights des Ferdinand-Grinds vom Free-to-Play-Account. Das Ganze, wie gesagt, Free-to-Play ohne Premium-Munition und meist sogar ohne Premium-Account. Der Stock-Crunt bei dem Panzer war absolut unterirdisch. Stock-Motor, Stock-Ketten, Stock-Kanone, das Ding bewegt sich nicht vom Fleck, trifft nichts, durchschlägt nichts. Und die einzig wirklich nützliche Funktion, die man in seinem Team erfüllen kann, ist eigentlich seine HP einfach sinnvoll mit anzubieten irgendwie. Ich habe aber dann gemerkt, dass mit dem richtigen Equipment, voll ausgebaut, das Ding doch gar nicht so schlecht ist. Meine Taktik war die Erwartungen sehr weit runter zu schrauben, dass ich gar nicht so sehr enttäuscht werden kann. Und die Runden, die ihr sehen werdet, alle mit 6K oder mehr Damage und das Ding, das kann richtig reinhauen. Man muss halt sich sehr genau überlegen, welche Gegner man nun angeht, weil auf dem Papier hat der Ferdinand ein bisschen Panzerung. Aber ja, das Durchschnackstive auf Stufe 8 ist natürlich auch sehr hoch, deswegen die Panzerung funktioniert nur in äußerst wenigen Fällen. Also man muss sich ganz genau seine Gegner aussuchen und der Kanone vor allem genügend Zeit geben, um einzuzählen und einen wirklich guten Schuss abzugeben. Alles in allem muss ich sagen, ich fand den Ferdinand gar nicht so schlimm. Ich freue mich aber trotzdem, da jetzt durch zu sein und bin gerade beim Jagdjäger, bin ihn schon ein paar Runden gefahren. Ich muss sagen, was zur Hölle, der Jagdjäger hat überhaupt keine Panzerung. Ich dachte, der hat so Oberwanne, irgendwie Aufbaupanserung, aber das ist komplett Papier. Egal, dazu wird es sicherlich auch noch ein Video geben, aber der steht erst in den Startlöchern. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Ferdinand-Runden und lasst mich gern wissen, was ihr von Ferdinand haltet. Wir sehen uns zum nächsten, bis dahin. Peace. Ich sage, Leute, kann auch ein bisschen dauern, bis hier was passiert. Wollt ihr mal meine neue hübsche Pflanze sehen? Die ist so hübsch. Guckt euch die hübsche mal an. Die blüht gerade nicht, ne? Also die Blüten sind noch geschlossen. Guckt sie euch an, die ist echt... Ist eine ganz feine. Hm. Ja, ja. Das ist hier mein... mein Gewächshaus. Mit ganz vielen hübschen grünen Freundinnen. Vanessa, da guckst du eh nicht, ne? Die wird riesig am richtigen Platz. Ja, die soll nicht riesig werden. Die Größe ist eigentlich okay. Ja, hier drüben passiert gerade wenig, aber es könnte sein, dass auf der anderen Seite gleich ein bisschen Action passiert, ne? Ich habe mir nie wieder präzis. Kann man sich eigentlich draufstellen? Nee, wenn sie sparen haben. Hier ist auch gefühlt. Zeig die mal in acht Wochen wieder. Nee, nee, die bleibt doch hübsch. So, den ankillen. Nicht die gefährlichste hier. Plus, er ist one-shot. Nee, ich loch. Hm. BZs brennen auch super gerne, ne? Deswegen immer schön hinten auf den Motor. Du kommst klar? Ja, mach das schön zu zweit. Jetzt guck ich noch hinter dir. Ivan, halt ruhig, mein Kleiner. Ich will den spoten, aber ich möchte nicht runterspringen. Ich muss besser runterfallen. Oh, ich komm da ran. Ach, lol, der steht die ganze Zeit offen und ich check's nicht. Nice. So, ich helfe euch mit dem fucking Viperer hier, der natürlich auch viel zu viel Panzer hat. Schelle. So, Action hier drüben. Kurz mit 3k Damage abgefrühstückt, die Jungs. Und jetzt geht hier drüben die Action direkt weiter. Hold up, ist der runtergefallen, der Danny? Der ist runtergefallen, ne? Aber ich kann's grad nicht ganz, ganz richtig erkennen oder einschätzen. Na, das ist Death from Above, richtig. Ich geh den wegrammeln. Alles auf... Ach, nee. Ja, genau. Ups. Ein bisschen Unglück. Scheiße, ich bin Mann. Danke dir. Guten Abend. What the fuck? Der Don ist ja leider auch noch gar nicht gewonnen. 310 RAM-Schaden. Nee. Ich hab 310 Schaden von dem IS erhalten, aber nur 186 gemacht? Wie bitte? Was ist denn das für ein Scam? Er hat eine Herdung drauf, glaub ich, ne? Lol. Und vielleicht irgendein RAM-Skill. Weim, wir sind grad dabei, die Runde zu verlieren. Ich hab hier so leichtfertig meine HP weggeschmissen. Weil halt das halbe Gegnerteam sich da rein tonadet hat, ne? Boah. Gerät hat grad angefangen zu rutschen, ne? Er ist doch nicht mehr... Nee, er hängt ja in den Steinen drin, ne? Er spielt nicht mehr mit. Tja, der Waffenträger, was macht der? Ach! Da drüben steht er. Okay. Gibt sich... BZ-Klatsch den sowieso. Oder der Blockader. Unser CC ist in der gegnerischen Basis, aber auch alleine. Wilde Runde. Ich bleib mal weiterhin hier. Ja, ich muss die Kanone getroffen haben. Äh, des Waffenträgers, ne? Ich muss die Gun getroffen haben. Ja, das ist nicht smart, Astando. Das ist gar nicht smart. Bleib mal bitte hier zurück, komm. Ja, 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 ja. Der wäre aber zu einfach gewesen, den gespottet zu machen. Das wäre einfach viel zu langweilig gewesen. Ich will ja euch auch ein bisschen Show und Spannung bieten. Deswegen mache ich Kills nur unspottet. Nur zur Info. Der Waffenträger hat den Astron gerade geklatscht. Der Astron stand da. Der Waffenträger muss also direkt vorhin gestanden haben. Richtig, für den Flex. Boomer Aim. Ich Boomer Aim dich auch gleich mal aus dem Chat. Ja, eins gegen vier. Was könnte, was könnte possibly go wrong? Ich hätte natürlich jetzt kein Problem damit, wenn der Waffenträger sich nochmal zeigen würde. Ich würde davon mal... Ah, der Scope, der chillt zwischen Steinen. Der würde auch nicht mehr mitschmehen in der Runde. Der kann auch nichts mehr machen. Aha. Ich habe leider auch nicht die Gun-Depression, ne? Und der Progetto 54 schießt mir einfach oben durch. Chance, um zu bautzen. Ähm. Habe ich eine bessere Position hier oben? Ne, ne? Könnte ich meinen Arsch irgendwie nach oben winkeln? Auch nicht. Ah. Oh, danke. Wer denn der Waffenträger fährt gerade hier rum? Ich meine, er ist aber ewig nicht offen, ne? Könnte gut sein. Da bringt mir auch nichts hier, die Pussy. Scheiße. Hallo? Keine Heile mehr. Frag mich nicht, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. No comment. Das sieht bestimmt niemand aus, hier Bäume umfahre, oder? I knew it. Nein! Nein! Wie kommt denn der da ran? Nein! Obi-Wan Kenobi, das wusste er. Nee! Ich hätte ihn gehabt, den, 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 den Progetto. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre ein neuner Progetto. Es war nur ein achter Progetto. Nein! Wie hat er mich denn hier getroffen, ey? Ich bin ja super weit hinten die ganze Zeit langgefahren, ne? Damn it! Hast du die Mapänderungen schon angeschaut? Ja, du. Ich habe es noch nicht getestet, aber gesehen habe ich sie, ja. Ja. Weiß nicht, ob die Karte dadurch viel besser wird. Also jetzt im Zug auf Airfield. Aber ja, schaden wird es wahrscheinlich nicht. Viel schlechter kannst du die Karte nicht mehr gestalten. Wundert euch nicht so machen, dass die Profis auf der Karte sind. Oha! Oh, da ist ja was los da drüben. Bam! Oh, da steht was davor. Kann das sein? Was habe ich denn gerade getroffen, wenn ich den Löwe? Ich glaube, da stand was davor. Musikerziehung. Was ist die Musikerziehung? Oh, der Löwe hat Bock. Der hat Bock. Dann kassiert er hier eine richtig fette Schelle von mir. Never mind. Da sind wir komisch reingefahren, ne? Zu viel TikTok. Zu viel TikTok. Ich wollte auch gar nicht da schießen auf den Tiger, du. Wollte ich gar nicht. Ich stehe nicht nur zur Deko hier. Okay. Ich stehe nicht nur zur Deko hier. Wollen wir wetten, der kommt gleich nochmal wieder. Tolle Karte hier. Ich sehe leider überhaupt nicht, wo ich blindschotten muss, um dahinter das Haus zu schießen. Da vielleicht? Ne, da nicht. Ich habe dich genau im Auge, du kleine Ratte da drüben. Oh, hier Tiger. Easy. Ja, die klassische Definition eines Ronny. Uff, der war lecker. Guck mal, wie weit ich in diesen Graben reinschießen kann, ne? Deswegen ist das sinnvoll, hier oben drauf zu stehen. Ich hätte keinen von denen beschießen können. Ständig unten. Würde ich unten stehen gestanden haben. Merkt die Sue, dass er einen hinter sich hat? Eigentlich bin ich ganz mitbekommen, oder? Nicht ganz realisiert. Oh, der hat getroffen, glaube ich. So, der Ronny ist One-Shot. Also, viele Chancen hat er nicht mehr. Nee, wieder gut getimeter Blindshot, nicht? Lucky. Wie er halt auch immer so tut, ne? Es wüsste von nichts. Wie er sich immer dann unschuldig direkt in die andere Richtung dreht. Schade, er ist tot. War auf jeden Fall eine Bereicherung für unseres Team. Für unser Team. Für unseres Team. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Der hat locker 3k Damage. Der hat locker 3 Promille, wollte ich so sagen. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Zu viel Tick-Tock, ja, wie gesagt. Ah, wie bitte? Dammit. Ich muss den 9er beschießen, weil der ist wesentlich gefährlicher als der 7er. Oh, könnt ihr den nochmal aufmachen, Leute? Jetzt habe ich die Hauswand getroffen. Das kann doch nicht sein. Schießt du auch mit deinem Mäuschen oder guckst du nur? Guck mal hier, jetzt. Hopp, volle Seite. Auch du kommst da ran. Wo steht denn der genau? Ich glaube, da ist ein Gebäude im Weg, ne? Zieht sich langsam zurück. Das war eigentlich gut drauf, ne? Steht aber... Ne, der ist genau da drauf, wo er stand. Ein Stückchen höher, so hier. Ne. Ich glaube, das ist ein Haus da, ne? Ich kann es nicht ganz erkennen, leider. Nicht die Gebüsche. Ne, das war nichts. Ich ziehe vielleicht auch zu niedrig, ne? Ich glaube, ein bisschen höher. Munition wird knapp, das stimmt, ja. Ist eigentlich typischer Verlauf, ne? Einer Runde auf der Karte. Man steht einfach die ganze Zeit hier. Vielen Dank. Gern geschehen. Kommt ihr sich verarscht vor mit seinem Mäuschen hier? Oder was macht er? Was ist los mit ihm? Ja, jetzt irgendwas zu starten bringt halt auch nichts, ne? Mein Ferdinand, der hat leider die besten Jahre oder seine besten Jahre hinter sich. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Aha, ein WZ ist da auch noch durchgepusht im Süden. Nice. Ich spotte zum Glück, wenn die Gegner hier durchpushen. Ich würde mich mal umdrehen tatsächlich, um hier den ersten Gegner in Empfang zu nehmen, der in der Mitte durchpusht, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass früher oder später vielleicht der BZ oder jemand anders hier anfangen wird zu pushen. Das ist meine Position, ha? Das habt ihr noch nicht gesehen, ich sag's euch. Das ist mal verrückt. Ich hoffe, dass der BZ um die Ecke kommt. Der wird, der wird blöd gucken. Das ist die Definition einer Gamer-Position. Mein guter. Denkt nicht mal dran, ihr beiden. Don't you even think about it. Ja, schön zack präsentieren darunter. Ich weiß, solange ich nicht offen bin, ist das ja egal. Mäuschen schon wieder. Ich danke dir. Ja, gern geschehen, Rudi. Dann kommen wir ran. Let's go. Guts wenden. Hopp. Oh, ich würde das Haus wegschießen, Leute, wenn ihr einen Schuss habt. Oh mein, jetzt selber das Haus weggefahren. Oder zerstört. So, dann wird weiter gegamed hier drüben. Oh. Oh. Ich war da einfacher. Ich meine, ich bin kein Playmaker. Fahr aufs Dach, man kommt nicht weiter. Hier ist eine unsichtbare Wand, glaube ich. Drehstuhl-Arbeitsplätze. Stimmt. Jawohl, Hackett. Oha. Uh. Oh, ich dachte, er fährt jetzt weiter. Okay, Moment. Ich dachte, er wird er quer über das Feld fahren. Hi, Leute. Wie geht's dir? Ich bin gut. Ich hatte noch einige gute Spiele so far. Nice, Mann. Wait, der Besonde, der ist doch schon tot, aber der guckt doch zu. Okay. Auch nicht schlecht. Ich habe... Jawohl, die Hackett steht hinter ihm. Der wird sich gleich drehen mit seinem Objekt. Denke ich. Ich warte, der Schuss auf die Unterwandern ist mir zu... Ja. Ich wusste doch, was passieren mit dem SAFK. Doch nicht. Ah, gut. Let's go. Oh, guten Morgen. Digga, wir sind gerade beide abgeprallt. Caro, tut mir leid. Fahr hinter mich, wenn du kannst. Sehr gut. Jetzt bin ich besitzt hier für eine Redaktion. Interessante Trackshots. Gut. So, Leute, jetzt haben wir hier noch den BZ vor uns. Den müssen wir jetzt kalt machen. Ich habe ja nur noch zwei Schüsse. Also zwei APs. Ich kann definitiv ein bisschen was tanken hier für unser Team. Aber alleine werden, werde ich das hier nicht meistern können. Wird schon gebrannt. Oh, schöner Schuss. Sorry, so BZ-Spieler, der muss ich immer ein bisschen disrespekten. Das kann seine Wanne pinnen. Ja, schön. Der Schuss ging zu niedrig. Zu hoch, ja. Kann auch nicht pinnen. SMV, gönn sich jetzt. Der Tank, den du da hast. Guck mal, SMV, gönn dir. Ja, er pennt mich natürlich nur mit seinen 220 Pennen. Das ist kein Problem für ihn. Haben wir gewonnen, die Runde. 4.442. Ich glaube, ich habe irgendwas einmal blind getroffen. Vielleicht den 9er AMX. Oh. What the fuck? What? Okay, ich habe einmal das 263 blind getroffen. Einmal den AMX blind getroffen. Einmal diesen 7er AMX blind getroffen. Einmal den Tiger 1 blind getroffen. Das war es. 6388 Schaden. Ja, Snowfrew. Ich hatte sie gestern tatsächlich dreimal. Die ist schon aktiv. Die läuft schon. Die kann man schon spielen. Oh. Schönes Brett. Sehr geil. Mit dreimal Leihpanzer. Die Leihpanzer sind glaube ich aktuell nicht bei den Dropmarken mit dabei oder in dem Dropstore. Guck doch einfach hingeben, was du dir für die Marken holen kannst. Ich habe es nicht im Kopf. Das ist gar nicht so verkehrt, dass wir im Süden gar niemanden haben. Führt vielleicht dazu, dass die Gegner früher oder später im Süden durchpushen werden. Gern geschehen, Bruder. Aber offensichtlich, dass er da irgendwo stehen würde. Gut, war jetzt ein bisschen Glück, dass er genau, oder dass ich genau den richtigen Busch auf Anhieb gefunden hatte. Hater würden sagen, Wallhack. Aber ja, so viele Optionen hat er ja da nicht. Meine Gate ist mir ein bisschen zu nervös hier vor mir. Zappelt zu viel. Bleib doch einfach stehen, du Marko. Passiert ja nichts. Ich bin ganz entspannt, Marko. Die Map erinnert mich immer wieder an die Warteschlange beim Bäcker, wenn du drei Senioren vor dir hast, die alle mit Kleingeld passend bezahlen wollen. Aber eher erfüllen müssen, welche Münze sie denn in der Hand halten. Da muss ich einfach immer wieder in Geduld üben, weil meckern hilft überhaupt nicht. Dadurch geht es auch nicht schneller. Ja, ich chill einfach mal. Aber unser Team geht im Norden durch. Wo sind denn dann die ganzen Gegner, bitte? Also das halbe Team jetzt ungefähr, welches gespottet ist. Aber ihr könnt mal doch nicht erzählen, dass im Süden gar niemand zugange ist. Na komm, Bruder, geh mal durch da hinten. Soll ich fahren? Da fahr ich halt. Wann dann, das ist jetzt, wäre jetzt nicht so smart. Ah, er hockt da hinten. Hast du den 116 F3? Nee, habe ich nicht, weil ich habe keine Kampagne gespielt. Und ehrlich gesagt, traue ich dem Fahrzeug auch nicht nach. Na komm, die Jungs. Du, mit deinem kleinen Light Tank, du kannst doch ranfahren und spotten. Do your job, man. Aber, wieder an den Rentner, an den Senior, an den Bäcker denken. Bäckern hilft nix. Wird nicht schneller dadurch. Moin. Moin. Wenn ich mal alt bin, will ich nicht, dass die Menschen denken. Was für ein netter Opa. Ich möchte, dass alle sagen, scheiße. Was hat er jetzt schon wieder vor? Aha. Du möchtest so ein Jackass-Opa sein, ja? Oh Gott, war das Timing schlecht von meinem Blindshot. Ich glaube, das ist dieser SHPTK, der hier auf mich spammt. Der ist jetzt glaube ich auch in den, in den, ja hier, ja, in den Graben meine ich, reingefahren. Du, 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 du. Sarge Acer, danke für die 21. Was hat der Opa an Jackass gemacht? Einmal ist er mit seinem kleinen Sohn unterwegs, aber ich weiß nicht mehr, was die da gemacht haben. Also nicht der Opa, sondern... Alles okay bei dir, meine liebe Maus? Wow. Ich weiß nicht, ob mein Maus-Pit schmutzig ist, aber ist es eigentlich nicht. Hm. Verrückt. Das war der Aim-Bot, richtig, ja. Ach, genau, mit den Hoden, das war die... Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die Hoden-Story. Ja, hier haben wir schon das Feld und BAM! Habe ich das Entrum gerade gepennt? Ich glaube, die Wanne habe ich nicht getroffen. Einmal stehen bleiben da hinten, VK. Bitte. Nein, schau. Wo piekt der SH da hinten, ne? Scheiße. Na gut, gegen den kann ich auch wenig tun. Der pennt mich überall mit seiner... seiner Tier 10 Gun. Er zieht auch durch, jawohl. Wenn ich gleich Schuss fülle. Göner, fetter Hitz. Und Track auch noch mit... Naja, den hat er doch nicht. Ich habe irgendwas getroffen. Oh, lol. Er dreht so dämlich im Kreis und fährt wieder runter. Ach, fuck. Ich habe extra gewartet, dass er weiterfährt. Dämlich. CW-Wert minus 5, ja. Hat aber, ehrlich gesagt, auch positive Effekte. Weil, wenn Rückenwind, ne? Musst du nicht mehr Gas geben. Was ist das Unterschied zwischen Ferdi und dem Elefant? Äh, ich glaube, gar keiner. Oder... Das war mein Aim-Bot. Oder ein Ferdinand wurde Elefant genannt. Na, weiß ich gar nicht. Oder vielleicht die Kanonen? Weil mit der 12 Achter wurde der ja nie angeboten, wollte ich gerade sagen. Oder war der ja nie unterwegs. Das war ja immer die 8 Achter. Die große 8 Achter. Die lange 8 Achter. Elefant war der Mörser? Nee. MG? Ach, stimmt. Ja, ja, richtig. Der eine hat ein MG in der Wanne hier, ne? Neben dem Fahrer. Hier. Genau, und der andere hat kein MG. Ja, richtig. Ganz wichtig. Du, 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 du. Dieses scheiß Wrack hier liegt auch echt ungünstig, ne? Geht genau so, dass man da nicht dieses eine Haus beschießen kann. Na gut, wir warten ab. Die Gegner werden langsam nervös. Wir haben denn unsere ganzen Panzer im Norden verloren. Die Hälfte unserer T9-Panzer ist im Norden einfach draufgegangen. Im Süden haben wir Norden MNR3 verloren. Aber die ganzen Mates, alle tot. Wow. Nicht so gut. Oh, das ist jetzt super ekelhaft hier. Oh, no. Fuck. Well. Das ist angenehm. Schieß auf mich, schieß auf mich, schieß auf mich. Scope, hilfst du mir? Ich halte den ja so schön hin. Alles klar. Das Scope sollte ihn... Ach nee, er schießt mich noch ein zweites Mal, schade. Gut, Glück gehabt. Das Scope ist gespottet. Hat sich zurückfallen lassen. Gut, jetzt kann ich noch gut Damage ernten, bis der T3 sich hinter mir auf die Idee kommt, aufzurücken und um mich zu beschießen. Der VK denkt auch mit. Er hat mich jetzt gesehen. Was ist das denn? Shit. What? Irgendwie sieht das nach dem Gesicht aus hier oben, oder? Die obere Hälfte. Witzig. Ja, schade Team. Ihr habt euch leider alle in Luft aufgelöst. Was war denn da los? Gegner sind ja jetzt nicht mit mehr Panzern gespawnt, oder so. Was ist denn da passiert? Und Ivan, was versprichst du dir von da zu spawnen? Achso, nein, nein, der ist Profi. Fünf Schuss habe ich noch. Ist jetzt nicht gerade optimal, ne? Sehr geil. Let's go. Gute Runde für die Gunmark. Fast ein Prozent im Plus. Fertig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Fertig underrated. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber irgendwie habe ich damit so gute Runden. Panzer funktioniert einfach viel zu gut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich meine Erwartungen einfach übel in den Keller geschraubt habe. Das könnte auch ein Grund sein. Ah. Kann ich jetzt safe für ihn? Ja. Jetzt kann mir vielleicht der Ivan helfen. Yes! Geiler Typ. Jetzt se... Sehr geil. Dankeschön. Das ist nett. Was? No way. Also... Nee, oder? No way, dass wir das irgendwie drehen. Ah, die Noten zu spotten ist jetzt relativ sinnlos Jetzt hängt er da fest, ne Kommt nicht mehr weg Hätte sich da jetzt oben schön draufstehen können, um die alle aufzunehmen Skorpion sieht auch nicht gerade aus, als würde er was aufmachen, oder? Er schießt auf den T30 Ja, der versteckt sich hinterm Haus, also er wird wahrscheinlich nichts sehen Ah, zu langsam reagiert Hi Scheiße, sorry man Gut Skorp hat das auch ohne weiteres überlebt Klar so Und die nehmen den T30 Okay Leute, let's go, 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 go Kämpfen können wir das nicht machen Der Ivan muss die einfach aufmachen für uns Ich weiß allerdings nicht, wie viel HP der E50 noch hat Wird noch voll angezeigt Das wäre günstig, wenn er noch voll ist Go, 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 go Ich mach mich nur bereiter für den Type Come on Team Wir schreiben Geschichte Wo ist er E50? Steht er vielleicht hier irgendwo? Ne Eine Mumpel habe ich noch Ah, kurz mal ab, Skorp, komm Straight rüber dort Boah, wo ist der hin? Rotiert vielleicht gerade irgendwo lang Ne Also was weiß ich Jetzt voller Pay Blow Up Ja Nein Achtsaf Nee No way No way Oder No way Das war eine halbe Sekunde, die fehlte Eine halbe Sekunde Ich hab auf meiner Maus geklickt Ich hab geklickt, aber Das Spiel war schon zu Ende No way Das war das perfekte Ende gewesen Also wirklich das perfekte Ende gewesen Wenn nicht eine Fahrdienstmedaille Und eine Red Leaver Ultras gewesen Achter Kill und das mit der letzten Granate Ja Jeiks Aber was eine Monsterrunde mit dem Ferdi Gut, ich hab nur rumgesessen da Aber so verläuft es halt meistens auf der Karte Gerade wenn ich im Süden pushen Kann man davon enorm profitieren Alright Was machen wir hier? Basis sitzen Hocken Warten How is the tactic going on this map? Ich fahr den Norden Jetzt kann ich fahr den Ein bisschen Offroad Hab jetzt Spawn-Tor Da sollte nichts passieren Aita Was ist denn da im Norden los? Guckt euch das mal an Burask, Burask, Panthera 277, 430er Wow Das ist ja wild Wir haben da drüben wollen Vor die der so push Du wirst was Ich bleib in der Mitte Genau Wenn er da nämlich fightet Kann ich ihn gut supporten Von hier Oh ja Oh ja Das gibt eine Schelle Mein lieber Das ist jetzt eine Bewährungsprobe hier Für die Kanone Oh Ich würde gern den Was war denn das da? Den anderen Tank sehen Panda Hey Oh Da kommt das hin Ah der ist rüber gepusht Okay Das ist halt die Maschine In der Ferdinand Da machte ich auch nichts Mon Folie hat Nicht die besten Chancen Gegen so einen Zenturion Action Exile Down im Nahkampf Oh no Leute die da oben Mit dem WZ114 stehen Sind einfach komplett lost Den sollte man direkt Den Account bannen Für immer Vor allem dass so viel Im Norden los ist Was ist denn das hier Russische Metergrad Oder was? Das war gerade ein Insider Leute mit dem WZ114 Vielleicht erinnert sich Der ein oder andere Auch warum fährt der mit seinem 140er Nicht einfach weg Er ist ja jetzt stehen geblieben In der Hoffnung darauf Dass er Diese Gegner aufgibt Oder was? Verrückt Ich bin mir auch nicht sicher Ob das irgendwie Was werden könnte hier Ich mach das einfach mal Ich stimme hier auch mal In der Mitte hier Das war nicht vielleicht Ich bin mir auch nicht woof Das war nicht Das war nicht Und was ist Das war nicht Ich bin mir erinnert sich Ich wäre eh Ich bin mir bei der Oder was ich это war nicht Du bin ich Easy Spotterinchen. Okay, bis jetzt funktioniert das hervorragend hier. Funktioniert so lange, bis der 60TP rankommt. Und mal nachguckt, wer ihn da getroffen hat, gerade. Ah, Cross, komm. Ja, 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 ja. Dammit. Ich bin gespottet. Er hat mich gesehen, okay. Der 60er, der will Rache üben. Ich sag's euch. Ich wusste es, Alter. Natürlich kommt er direkt rangekrochen hier. Oh, lecker. Glück, dass der T30 echt blind ist. Oh. Turmdreh. Oh. Oh ja, gut. Trotzdem getroffen. Passt. Warum kommt jetzt wieder Herr der Ringe Musik? Ich hab doch grad. Hallo? Jetzt wird das Match nochmal knapp, oder? Was ist hier los, Mann? Ich dachte, wir hätten da den Norden entspannt überrannt. Aber wir haben unsere beiden 10er ver... Ah, nee, ein 10er hat mit dem Norden. Stimmt, der andere war ein 9er, ja. Den haben wir von Norden. Jungs. Legt euch mal ein bisschen ins Zeug hier. Hängt euch mal ein bisschen rein hier, Jungs. Wow. So. Ah ja, jetzt sind wir uns zurückgefahren. Was ist passiert mit meinem Tank? Ah, jetzt schlägt die Stunde hier das WZ-114. Erklärt das jetzt. Er macht jetzt hier den überkrassen Move. Pusht K-Linie? Ja, das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ach, es gibt ja auch noch Adrien im Spiel. Das hab ich gar nicht bemerkt. Wahrscheinlich weiter links, damit ich der S1 nicht sieht. Aber der hat natürlich jetzt eine Logenposition. Zum Ballern, zum Spotten, alles. Ah ja, gut, dass ich zurückgesetzt hab. WZ schon gespottet. Damn it. Ähm. Ach, und der haut immer noch da im 60er. Hö. Ich werde mal versuchen, den T32... Ne, ne, nicht den T32. Den AT15 und den Centurion zu beenden. Wenn der piekt, dann piekt der hier irgendwo mit dem T32, ne? Was und wo genau die da stehen könnten. Was macht er da oben eigentlich? Hat er irgendein Hobby da? Auf A0? Oder steht er sich da einfach die Beine in den Bauch, weil er's kann? Yo, Brother. Oh, let them come. Schon wieder so'n Gamer da. Mein guter, wir haben 2000 AP Vorsprung. Nix mit let them come. Obwohl, vielleicht haben wir auch keine 2KP Vorsprung. Oh. Das war die AT. Cent ist da unten unterwegs. Lo. Lo. Äh. Ja, dankeschön. Nehme ich natürlich gerne mit in Damage. Aber was zur Hölle? Vor allem, wer spottet den? Der WZ-114. Und was ist das da jetzt? AT15 Repush in den Norden, oder was? Digga, ich komm hier grad gar nicht klar auf die Runde. Okay, der WZ hat das geklärt, der unten mit dem. Er fährt jetzt hier quer, ne? Doch. Doch, doch. Ah. Er steht auch noch hier unten. Er fährt jetzt auch quer hier. Quer übers Feld. Boah, fette Schiller. Jawohl. Der kassiert noch einer. Die soll er gut gesessen haben. Kannst du mir den vielleicht spotten? Ich kann den nämlich killen, der Open My Cuda. I can shoot. Jawohl. Ich glaube, jetzt hat er es gelesen. Jetzt dreht er nämlich langsam. Oder setzt er zumindest langsam zurück. Weiß nicht, ob er überhaupt dreht. Ah, nee. Der ist schon zu weit oben. Sorry. Oh ja, er macht es so selber. Never worried. So. T32, Stritzwagen, One-Hit. Und ein 60 DP, der irgendwo noch rumsitzt. Aber ich weiß nicht, wo. Ah, nee. Der ist zurückgefahren. Okay. Ich würde sagen, mich hat der Stritz gerade aufgemacht, ne? Der eventuell noch vor mir hier an der Palme sitzt. Leute, ich habe den T32 nicht getroffen gerade blind. Beziehungsweise, ich habe ihn getroffen, aber nicht gepennt. Alles anpacken. Okay. Ja, falls der Stritz hier sitzt, dann kriege ich nichts. Ist in Ordnung. Wäre der nach 1100 TP mit seinem 430er. Ich dachte, der hätte so 30 oder so. Also wäre One-Shot, dann verstehe ich das. Oder hätte ich das verstanden, dass er der Piano macht. Ja, die Frage ist jetzt, wie bekommen wir denn den 60 DP ausgegraben? Ähm, ich bin One-Hit. Den Schuss vom Stritzwagen zu fangen, war vielleicht doch nicht ganz so smart, ne? Jetzt kann ich den T832 nicht One-V-One. Wir schließen erstmal auf, glaube ich. Zur Not mache ich ein Schild, hinter welchem das Objekt für 30 cappen kann. Könnte auch funktionieren, glaube ich. Ja, die können ein Stückchen näher herankommen, ne? Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich meine, macht Sinn, weiter hinten zu stehen, für einen guten, steilen Schusswinkel. Aber macht halt nicht Sinn, weil die Ardenix trifft auf die Infälle. Der ist da hinten gewesen. Oh, das ist gut. Die werden nervös und die werden sich bewegen, die Jungs. Wie steht der denn da wieder mit seinem T32? Das Feuer-Icon sah gerade ein bisschen verpackt aus. Big Boy. 434 hat den gerade weggezinkt. Ich weiß nicht, dass er nochmal schießt. Engine-Deck. 60er lädt noch. Let's go, den hole ich mir. Ich lache über eure lappigen TR-10-Panzer. Ich lache darüber. Deko-Panzer 1 Stufe 3. Davon träumt ihr doch alle nachts. Geil. Ja, der Skorpion war auch dabei. Ist doch schön. Kleines, kurzes, abschließendes Fazit hier zu dem Tank. Meine Erwartungen waren sehr, sehr niedrig. Und genauso muss man auch an diesen Tank rangehen. Mehrzweck-Jagdpanzer. Ich gerade nenne WG die Rolle. Genauso muss man auch rangehen mit diesen niedrigen Erwartungen. Und dann wird man gar nicht so sehr enttäuscht. Die Kanone ist super. Manchmal hat sie ihre Momente, in denen sie gar nicht funktioniert. Aber meistens ist es eine super solide Kanone. Man muss der Zeit geben, um einzuheben und so weiter. Aber sonst geht das Ding ab. Panzerung. Man muss halt den Panzer spielen, als hätte man null Panzerung. Manchmal kann man so versuchen zu Sidescrapen oder so. Das funktioniert. Aber sonst tricky, damit gute Games zu haben. Man muss sich enorm bewusst sein, wie man sich positioniert. Und gegen welche Gegner man kämpft und gegen welche nicht. Das ist, glaube ich, für die meisten Spieler mit dem Ferdinand der wirklich schwere Part. Und immer dieses Umschalten. Manchmal kann es so gar nicht wirklich mitspielen. Weil 10er Matchmaking und gegen 6er kannst du dann doch schon relativ offensiv spielen. Aber ja, alles in allem, besser als erwartet.